Die Damen unter uns, sind wir nicht mal ehrlich, jeder hat sich schon so einen Traumhochzeit vorgestellt. Es soll der schönste Tag am Leben einer Frau sein. Man wird zu einer Prinzessin, einer der perfekten Frauenprinzen, und alles ist zufällig. Unsere Frau Theresa weiß es noch nicht, aber sie wird gleich mit ihrem langgeliebten Freund Leon einen Herreitsamstag bekommen. Ob sie wohl ja sagen wird, wir können mit meinem Teil von dem junge Mädchen, es wird gleich losgehen. Verratet nichts. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Applaus Dass man Geschenke geschenkt hat. Erzähl mal, warum er bringt dir die Geschenke? Das Christkind. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und was wünschst du dir da alles? Ein Pferd, ein Sattel, eine Satteldecke, ein Zahnzüge, eine Fußsacke, und ganz schön, ein Zahnzüge. Nein, das ist ja schon mehr als genug. Ob du da so bereit warst, dass das Christkind da wirklich alles bringt, aber wünschen kann man es sich einmal. Aber weißt du überhaupt, warum uns gerade das Christkind beschenkt? Naja, und das möchte ich uns jetzt die Annabelle zeigen. Die spielt das Christkind. Weil das echte Christkind hat ja vor Weihnachten jetzt mehr als genug zu tun. Und sie möchte uns erklären, warum uns gerade das Christkind beschenkt. Lass die Geschichte beginnen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Denn zu groß ist der Herr. Und alle in der Zeit, bis in die Ewigkeit. Und der ist der Gott, und der ist der Gott. Als Vater, Sohn und mein Geist, die Menschen auf die andere Schöne und weist. Was wir hier unterstreichen, was wir unterstreichen. Was wir unterstreichen? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.